GP3 Marktupdate für den 16.10 für DAX, Dow Jones, NASDAQ und natürlich den Bitcoin nicht zu vergessen. Los geht's! So, alright, also Marktupdate, gucken wir uns die Märkte an, gucken wir uns an, was die ganzen Märkte gemacht haben, beziehungsweise natürlich auch, ganz wichtig, das Wichtigere, wo die Märkte vielleicht hinlaufen könnten. So, wir fangen an, wie immer, mit dem DAX. Was ist gestern im DAX passiert? Nicht wirklich viel, wir kommen hier vom Allzeithoch 19.700 ungefähr, 19.650, 630. Haben wir gestern Support gefunden bei der 19.450 ungefähr. So, man sieht aber heute schon, der Markt will noch weiter runter. Und das ist ja die Marke, die ich gestern auch schon in der Marktbesprechung gesagt habe. Hier unten lauern halt so zwei Support-Bereiche. Ich schiebe das mal ein bisschen zusammen, damit man es besser sehen kann. Hier unten lauern zwei Support-Bereiche bei der 19.300, 350, beziehungsweise ein bisschen weiter drunter die 19.300 glatt, 294. Hier unten diese beiden Bereiche. Gleichzeitig haben wir hier die Trend-Hochs entsprechend. Also das sind so Marken, die der Markt auf jeden Fall anpeilen kann, beziehungsweise es sieht gerade danach aus, als würde der Markt diese Punkte suchen wollen. Gucken wir uns den M15 an. Wie schaut es im M15 aus? So, da sieht man hier auch nochmal den Support-Bereich, der lange Zeit hier gehalten hat, um die 19.500 rum. Sieht so aus, als würden wir jetzt diesen Support-Bereich nach unten verlassen. Und auch mit dem M15 sieht man hier die etwas tieferen Ziele. 19.400, 19.350 bis 19.300. Das wären auf jeden Fall so die nächsten Ankerpunkte, die nächsten Support-Bereiche, die der Markt entsprechend hier auf der Unterseite anpeilen könnte. Auf der Oberseite 19.600 bis 19.570. Ja, sehe ich jetzt für heute ehrlich gesagt nicht. Ganz einfach, weil wir hier in diesem Support-Bereich keinen Halt gefunden haben. Und der Markt, glaube ich, erstmal tiefere Ziele anvisiert. Von daher DAX für mich eher short Richtung 19.300 heute. So, gehen wir rüber zum Dow Jones. Wie sieht es da aus? Schieben wir das Ganze auch mal ein bisschen zusammen. Wir sind hier im Stunden-Chart. Und ja, gestern die Marke, die ich ja auch in der Marktbesprechung quasi hervorgehoben habe, die ich anvisiert habe, hier unten die 42.770. So, das ging relativ schnell auch nach der Markteröffnung gestern, dass wir da einmal runter sind, wirklich punktgenau, dann auf diesen Bereich, auf diese Anfangszone aufgedippt. Und dann ging es direkt mal rückwärts für gar nicht so wenig Punkte. Gucken wir uns an, wie viele Punkte waren das dann am Ende? Ja, 240, 250 Punkte ungefähr hat der Markt dann den Rückwärtsgang eingeschaltet. Und momentan stehen wir hier an diesen letzten Tiefs in dieser Support-Zone. Aber wenn ich mir den Stunden-Chart so anschaue, zum einen haben wir hier einen Abwärtstrend, der mittlerweile etabliert das. Zum anderen, nachdem wir hier Support gefunden haben, gab es aber keine neueren Hochs. Von daher gehe ich stark davon aus, dass wir jetzt erstmal nur noch ein Stück weit runterlaufen. Und zwar mindestens bis zum Ende dieser Support-Zone, also bis zur 42.500, auf dieses Cluster auflaufen, was man hier sieht, auf die letzten Trendhochs. Also das macht schon Sinn. Unterseite noch die 42.400 bis 42.250 als nächsten Support-Bereich. Aber für heute Vormittag würde ich mal anvisieren, beziehungsweise gehe ich stark davon aus, dass wir hier die Unterseite, wie gesagt, 42.500 uns ansehen werden, beziehungsweise der Markt das entsprechend anvisieren wird. Gut, gehen wir weiter zum Nasdaq. Wie schaut es im Nasdaq aus? Auch nicht viel verändert, außer die Marke hier, die ich gestern schon besprochen habe, 42.000, nicht 42.000, das war ja der Dow Jones, sondern die 20.480 beziehungsweise 20.500. Da sind wir ja gestern abgeprallt, mehrfach abgeprallt, dann zur Markteröffnung nochmal reingelaufen, wieder abgeprallt und dann ging es runter auf die nächsten Support-Zone bei 20.180 bis 20.060. Da hat der Markt jetzt auch erstmal ein bisschen Support gefunden, aber auch hier gilt dasselbe wie beim Dow Jones auch. Das sieht für mich danach aus, als wäre das noch nicht das Ende der Fahnenstange beziehungsweise das Ende der Reise nach unten. Warum? Weil wir ja gerade auch im Stundenchart an einem Abwärtstrend basteln, also momentan hier noch blau gekennzeichnet. Blau heißt trendlos, aber wenn wir noch ein Stück weiter fallen, dann ist hier der Abwärtstrend etabliert. Und dann glaube ich auch nicht, dass hier diese Zone bei 20.000 halten wird, sondern dann kommt wieder diese, ich sag mal in Anführungsstrichen, ältere Zone zum Tragen, die ich hier in der Marktbesprechung auch schon öfters angesprochen habe, die 19.770. Auch eine Marke, die schon x-mal im Nestec eine Rolle gespielt hat und ich bin mir auch sicher, wenn ich das Ganze hier mal ein bisschen zusammenscrolle, sieht man das auch. Man sieht es hier unter anderem immer wieder Support gefunden und ich glaube, das wird dann auch wieder eine Zone werden, wo der Markt nochmals Support gefunden oder Support finden wird. Man sieht es hier auch ganz klein, ich glaube, das kann man jetzt hier im Video, im Stream nicht so wirklich gut erkennen, hier ganz klein steht es, hier in dem Bereich, dass er bereits elfmal auf diese Zone aufgesetzt hat und da Support gefunden hat. Also, dass er jetzt so mir nichts, dir nicht da durchfällt, als würde es diese Zone überhaupt nicht geben. Ja, also halte ich für sehr unwahrscheinlich, wie weit diese Zone letztendlich Support bietet und ob sie wirklich insofern Support bietet, um neue Hofs zu generieren, sei mal dahingestellt. Aber auf jeden Fall wird der Markt hier erst mal bremsen und erst mal zumindest ein Stück weit den Rückwärtsgang einlegen. So, sind natürlich auch jetzt nicht wenige Punkte. Also, dass das heute kommt, glaube ich fast nicht. Es sind jetzt 500 Punkte für den Nestec. Das ist für den Nestec schon viel. Also, das ist eher so eine Marke hier, die 19.770, die man für übermorgen, morgen, übermorgen mal auf dem Schirm haben sollte. Aber das ist auf jeden Fall eine Marke, die man im Kopf haben sollte. So, gucken wir uns den Bitcoin an. Wie ist es in Bitcoin gelaufen? Beziehungsweise, was könnte der nächste Weg im Bitcoin sein? So, erst mal, wir haben hier im Stundenschart einen Aufwärtstrend. So, haben Support gefunden, hier an der 65.000, 64.000 und sind dann erst mal locker bis hoch zu 68.000 gesprintet. Das hat der Markt soweit gemacht. Das habe ich ja gestern in der Marktbesprechung auch ungefähr so hervorgesehen. Das heißt, ich habe ja klar gesagt, der Bitcoin ist für mich long unterwegs. Bis zu 67.000, 68.000. Das hat der Markt gestern auch so gemacht. Problematisch an der ganzen Sache, so wie der Markt sich jetzt gerade positioniert hat, etabliert hat, ist Folgendes. Wir haben hier einen Aufwärtstrend gehabt. So, das war auch soweit schön. Dann gab es ja diesen Ausbruch mit einem Außenstab. Das ist ja diese lange grüne Kerze. Was danach, direkt danach gefolgt hat, ist ein bärischer Außenstab. Diese rote Kerze hier. Und alles, was jetzt danach in den nächsten Stunden passiert ist, ist einfach nur so hin und her geschiebe in diesem roten Außenstab. Übrigens, wenn ihr noch nicht wisst, was ein Außenstab ist, ich habe da super Video zu gemacht auf meinem YouTube-Kanal. Da könnt ihr nochmal genau irgendwie nachgucken, was sind Außenstäbe, warum sind die beim Trading, warum sind die im Markt wichtig. Da habe ich alles ausführlich ganz genau erklärt. Auch wie man sich die mit Hilfe von Tools irgendwie einblenden kann und warum man die im Auge behalten sollte. Ich glaube, das geht über eine Stunde. Dieses Video findet man auf jeden Fall auf meinem YouTube-Kanal. Auf jeden Fall bewegen wir uns jetzt hier nur in diesem Außenstab und alles, was wir jetzt danach gesehen haben, sind entsprechend Innenstäbe. Und wir haben auch den Trend, den Aufhaltstrend erstmal gebrochen. Alles für mich so Indizien, dass es schwierig wird, dass der Markt zumindest von hier aus neben mir nichts einfach weiter hochläuft. Von daher, plausible Szenarien für mich sind, dass wir hier die Unterseite des Außenstabes, was gleichzeitig der Support-Bereich bei 65.500 bis 64.000 ist, nochmal antesten. Also nochmal runter. Die Unterseite hier nochmal antesten von diesem Außenstab und von diesen letzten Tiefs. So, und da ist dann wichtig, okay, schließen wir wieder innerhalb dieses Außenstabes hier. Dann, glaube ich, kann die Reise weiter nach oben gehen. Sollten wir doch per Schlusskurs, Stunden-Schlusskurs hier drunter unter diesem Außenstab schließen, ich glaube, dann geht es nochmal eine Ecke weiter runter und zwar 63.000, möglicherweise sogar noch tiefer hier unten Richtung 62.500, 62.000. So, von daher, meine Prognose, Bitcoin heute ist wichtig, was passiert hier mit diesem Außenstab. Schließen wir drunter, geht es weiter runter, schließen wir drüber per Stunden-Schlusskurs, dann, glaube ich, geht die Reise weiter nach oben Richtung 70.000. Momentan nur seitwärts, Geschrabbel hier in diesem Außenstab. Von daher, jetzt zum jetzigen Zeitpunkt abwarten, was passiert. Oben raus oder unten raus und dann sich entsprechend dranhängen. Das ist so meine Devise für den Bitcoin für heute. So, sind wir durch mit der Marktbesprechung für heute. Wir sehen uns heute Nachmittag wieder, wenn ihr mögt, um 15.30 Uhr zum nächsten Cash Trap Live Trading. Würde mich freuen, wenn ihr dabei seid, wenn ihr einschaltet und mir so ein bisschen über die Schulter guckt, wie ich mit der Cash Trap heute den Dow Jones um 15.30 Uhr zur Markteröffnung handele. Und wenn ihr das noch nicht gemacht habt, bitte abonnieren, bitte liken und ihr kennt das ganze Prozedere. Ansonsten sehen wir uns morgen früh beziehungsweise heute Nachmittag oder morgen früh zur nächsten Marktbesprechung. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Macht's gut. Ciao, ciao.